Wie sind Sie denn überhaupt zum Radio gekommen? Das war beim Rias, glaube ich, mit 23 Jahren so etwa? 67, also dazu muss ich eine andere Geschichte erzählen. Ich wollte eigentlich immer etwas mit Rundfunk zu tun haben. 58 zogen meine Eltern nach Berlin und zufälligerweise in die Fritz-Elsass-Straße. Die Verlängerung war die Kufsteiner-Straße, wo ich auch hinging, morgens zur Schule, mit dem Fahrrad, abends, ich bin am Rias vorbei. Das müssen wir erklären, es ist heute da der Hans-Rosenthal-Platz, hieß früher im Kufsteiner-Straße 69 in 1 Berlin 62. 69, richtig. Und da bin ich dran vorbeigefahren. Und da habe ich gesagt, Donnerwetter, logischerweise hörte ich auch Rias. Es gab dann den Onkel Tobias, es gab die Schlager der Woche. Und wenn wir am Dienstag in der Schule waren, dann war das erste Thema, was gab es gestern in Schlager der Woche? Da gab es eine Sendung, die hieß Club 18, internationales Jazz-Forum für junge Menschen. John Hendrik war der Presenter. Der hat auch jahrelang den Frühschoppen im Europacenter moderiert. Zweites Frühstück. Zweites Frühstück hieß es, genau. Richtig, genau. Und der hatte eine Frau, die Lotte, und da konnte man einfach rein. Man ging in den Rias, sagte, guten Tag, ich will zum Club 18. Da konnte man sich nämlich Karten abholen. Und mit denen kam ich natürlich ins Gespräch. Die kannten meine Family-Story, die wussten, was ich hören wollte. Und ich wollte zum Rundfunk. Dann sagte er zu mir, also dann machen wir dein Abitur, studiere was Anständiges und dann kommst du mal wieder. Aber in der Zwischenzeit hatten wir in unserer Klasse eine Skiffel-Band gegründet. Und irgendwie musste ich natürlich irgendwann mal beim Club 18 damit auftauchen. Ich spielte Bass. Skiffel war auch das mit dem Maschbrett? Ja, natürlich. Wir machten einen Höllenlärm. Musik war das eigentlich nicht. Aber er hat uns eingeladen und wir kamen dann zum Rathaus Friedenau auf die Bühne. Das wurde teilweise auch mitgeschnitten. Und wir hießen die Noisy Galley Slaves. Und kamen wir uns ganz toll vor. Das ist so ungefähr wie Deutschland sucht den Superstar auf kleinerer Basis. Ja, man war mal plötzlich im Rundfunk. Und auf diese Art und Weise bin ich immer wieder bei Club 18 vorbeigegangen. Und habe gesagt, ich will da mal hin. Wie kann ich das machen? Ach, du hast überhaupt keine Chance, hat er mir gesagt. Ich hatte es mir aber in den Kopf gesetzt. Und irgendwann tauchte ich durch Zufall beim Jugendfunk des SFB auf. Und die planten 1967 eine neue Folge für Jugendliche. Damals gab es, glaube ich, wir um 20. Und die wollten eine tägliche Beat-Sendung machen. SF Beat. Ja, zufälligerweise habe ich den Namen erfunden. Ich tauchte dort auf und war eigentlich lästig. Was will der da? Aber als Fan hat man manchmal mehr von der Materie. Man weiß über alles, über jeden Namen Bescheid. Und die Redakteure wussten nicht so, was war denn da? Wir wissen es nicht. Und dieser komische Rotschalk, der da ankam, wusste eine ganze Menge. Und durfte bei den Sitzungen dabei sein. Bei den Redaktionssitzungen. Und dann ging es um den Namen für diese neue Sendung. Und siehe da, SF Beat war so ein Einfall von mir. Zum Dank dafür durfte ich eine Probesendung machen. Und zwar SF Beat am 17. Mai 1967. Mit Uli Herzog habe ich eine halbe Stunde SF Beat machen dürfen. Und dann haben die mir auch gleich gesagt, also das ist nur alles, mehr kannst du hier nicht erwarten. Nun mach was damit. Mit dieser Probesendung bin ich zum Rias gegangen. Und dann haben die gesagt, was will denn der komische Vogel hier? Und zwar zum Jugendfunk. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte bei euch was machen. Und dann sag ich, ja, was willst du denn machen? Und dann hatte ich auch gerade was parat. Ich sagte, ja, was soll ich denn tun? Ja, wenn du keine Idee hast, dann geh wieder. Nein, ich hatte eine Idee. An dem Wochenende, als ich da auftauchte, kam Sandy Shaw, die damals gerade den Grand Prix de la Chanson Eurovision Contest gewonnen hatte mit Puppet on a String in die Hasenheide, die neue Welt in der Hasenheide in West-Berlin. Und ich bot an, mit der ein Interview zu machen. Die Herren Redakteure schauten sich an, sagten, oh gut, wenn er meint, ist ja gar nicht so schlecht. Die hat gerade den Grand Prix gewonnen, wenn er das schafft. Man gab mir einen Kassettenrekorder mit, ein ganz billiges Ding mit so einem kleinen Mikrofon. Und ich war auf mich selbst gestellt. Und nun versuchte ich also ein Interview mit Sandy Shaw auf die Beine zu stellen. Das war gar nicht so einfach. Das ist eine Geschichte, die sehr, sehr lang dauert. Ich schaffte es irgendwie. Auf abenteuerliche Art und Weise. Ich habe, ich war so lästig. Ich bin der nicht von der Pelle gewichen. Ich bin ihr sogar in ihr Hotelzimmer gefolgt. Das war ein Skandal. Sie kam gerade aus der Dusche. Sie hat partout nicht mit mir reden wollen. Sie hat mich nur beschimpft. Aber das war alles auf Band. Mit der Geschichte kam ich dann am Montagmorgen in die Redaktion. Die hatten schon gedacht, ich hätte das Mikrofon mit Aufnahmegerät geklaut, weil ich ja nicht wieder auftauchte. Erzählte meine Geschichte. Und die sagte, was ist ja eine komische Geschichte. Da hast du sechs Stunden mit der verbracht. Was hast du da gemacht? Ich sagte, ja, das habe ich alles auf Band. Und dann kam der Redakteur, Detlef E. Otto, und sagte, die Geschichte ist gar nicht so blöd. Schreibt die mal auf. Ich habe die Geschichte erzählt. Und die Original-Einspieler mit der Beschimpfung, Naughty Boy, what are you doing here? Die hat mich beschimpft. Habe ich dann erzählt. Es wurde eine tolle Reportage. Und statt der drei Minuten, die ich eigentlich genehmigt bekommen habe, am folgenden Sonnabend im Rias Treffpunkt, wurden zehn Minuten Reportage draus. Und das war meine erste Reportage im Rias. Von der zwei Minuten, ganz ... Vielen Dank.